SCP-701-Skripte wurden vor einer Woche verteilt und die Versuchsgruppen haben wie oben beschrieben kleine Programmen durchgeführt. Über eine Sache stolpere ich aber. Sie rezitierten ständig falsche Texte allesamt. Als ich sie berichtigt habe, waren sie sich absolut sicher, sich nicht verlesen zu haben. Bis auf die kleinen Steufersteine verlief alles prächtig. Ich freue mich schon auf die erste vorständige Probe übermorgen im Raum sieben, weil wenn alle Zeugen des Potenzials von SCP-01 sind, so sollte es in Gesichtsbüchern stehen. Ich habe die Potenzial zugänglich gemacht, die Kleine Gruppe. Es ist so aufregend. Das Theaterstück des Todes kann man eigentlich sagen. Am 27. April Ortszeit waren fünf Studierende in einem kollektiven Vorfall im Theaterclub des Cleveland Institute auf Art in Ohio verwickelt. Ein mündliches Lehrkörper starb am Stichschwunden. Als Tatverdächtiger konnte ein Hausmeister identifiziert werden. Laut seiner Aussagen nutzten vier Studierende die Zimmerdecke, um sich während der Probe zu erhängen. Diese verletzten sich bei der letzten verbleibenden Person, nachdem sie dies für das Mütige der Lehrkörper angegriffen hatte, welche zwei Stunden nach seiner Wiederbelegung verstarb. Anschluss hat Ahan eine vorrangige Untersuchung des Tatorts. Konnte der Verdacht gegen den Hausmeistergrund seiner fehlenden Motive und der Abwesenheit unergewöhnliche Verhältnisse bekommen werden. Er steht momentan mit physischer Klinik einfach dumm. Man kann sagen, sehr schuld. Der Dr. Taylor Schruper ist schuld, dass das alles eigentlich hilfst. An alle Mütter vom Pony Station die Forschungsarbeit zu SCP-701 wird morgen offiziell beginnen. Um die Veröffentlichung geheimer Informationen zu verhindern, wurden sämtliche Videoüberwachungsgeräte entfernt und jeglich externe Signaturübertragungen entsprechend abgeschirmt. Der Schande wird bis zum Schluss der Forschungsexperiment vollständig abgelegelt sein. Gegenwärtig werden für das Segment immer noch mehr Teilnehmer gebraucht. Und alle bereitwilligen Teilnehmer müssen sich bei Frau Iren Mabel in Ashti-54 und Schack... Okay... Oh... Sieh auch wieder weg. Naja, dumm ich auch. Hier Person Lotzella erhält ein Gift von Botschafter Algato und schmiedet den Plan, ein Bankett zu veranstalten, um dabei die Minister zu vergiften. Letztlich durchfährt Konsole eine Anzahl von gewissen Flötterungen. In einem Monolog erklärt er seine Röhmütigkeit angesichts seiner Verbrechen. Für Besinnung ist es zu spät. Antonia... ... 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 das lebt doch da ist der baum so zum 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 ...einander wie ein Geist... ...einander wie ein Geist... ...einander das alles zu passieren... ...wenn es in der Landskrist. Alles, was hier passiert... ... ist alles Kupers fault. Es ist der Fall! Das wird das letzte Mal von dem Experiment... ...die Hydro-Power-Plant... ...wird shut down für immer... ...und im Moment mein Experiment... ...wird so... ...was going on? Ah! Ich würde sagen... ...alle die sich nicht gegenseitig... ...zerfleischt haben... ...geschweige denn... ...gehängt haben... ...wunden von dem Monster... ...was wir jetzt gerade hatten... ...vergejagt... ...das ist doch... ...mal... ...und siehst du so aus... ...als wäre da nichts Schlimmes passiert... ...das ist alles noch human... ...versuchsprojekt... ...standorten... ...objektklasse... ...nichtklasse... ...zifiziert... ...geschrieben... ...und dieses Experiment... ...war ein Projekt... ...mit mehreren Objekten... ...einzig... ...SCP... 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 ...und Schwerpunkt... ...das Experiment... ...lockte... ...auf der Forschung... ...des Prozesses... ...der Realitätsverzögerung... ...leider war... ...Dr. Kirk Thompson... ...das Projekt... ...dauerte... ...fünf Tage an... ...in den ersten... ...drei Tagen... ...wunden... ...zwei... ...SCP... ...zwei... 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 ...mitarbeiter... stufe g die unter den eisos von scp standen ein hypnosexperiment der stufe 3 durchgeführt innerhalb kurzer zeit ließen diese objekte das experiment unterschiedliche ausmaße des unterschiedliche ausmaße des immersozionszustand auf markierten tag behaupteten sie dass sie sich in einem primärwald befinden dass sich bei den bäumen hauptsächlich um mammutbäume und karibische kiefern handelt am selben tag wurde der umgebung auf 37 verringert am fünften tag wurde die beschriebene zähne allmählich real was dazu führte der ursprüngliche stand des experiment und sechs objekte verschwand das objekt musste unterbrochen dass die pop das projekt nicht subjekt es wurde keine weiteren untersuchungsberichte zu diesem gebiet erstellt dr thompson ist der ansicht dass das vorrangig von den effekten der realitätsverzeugung ausgelöst einig wurde und damit all dessen erschaffung ansehen werden kann offiziell und kodiert ausführlich wir haben sozusagen gewähren versammelt sagen wir mal jetzt um das stück zu machen und durch die realitätsverzerrung wenn die unter 37 fällt wird es real schuldigung stanz im weg schnell hinwerfen boah das war knapp das wäre wahrscheinlich jetzt richtig schwer um die dort quitten alter während der bankett stürmt antonio den sal und bestätigt die konsoloren mörderischen verbrechen sowie eine eigene abstammung was seine eigene abstimmung und dann hätte ich jetzt dieses komische gerät gehabt aber ich wahrscheinlich richtig tot gewesen und nach die karte da ist der karte die brauchst du keinen bock wieder her zu rennen keine bock wird berührt man sie nicht nur aus die werden sind wir sind wahrscheinlich alle zum gleichen richtung das theater stück was alle verrückt gefährden lassen hat die schwarze box gefunden ich habe die schwarze box gefunden hat man nur noch ich bin die heilung du bist der todesdoktor ein sorgfältig angefertigt gepumpt mit der kanzler schon scp 49 heilung ja nee ist klar ich glaube nicht dass scp 49 49 dich heilen kann er würde dich lieber tot machen so die schwarze box ist gesichert rein theoretisch bella we really need you to tell us the truth here what do you mean i'm telling you the truth i completed my task i retrieved the black box from pony station looks like the cognito hazards really did a number on her what are you talking about i'm fine bella there was no black box in sight we found that's impossible i'm positive i know i had it in the escape elevator and there is no escape elevator in pony station none of what you're saying adds up that's impossible it's just impossible look at me bella try and focus what really happened bella think carefully beginnt der wahre test was ist passiert und er wird gerade mit uns gespielt 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 Wie sollte man eine Spritze nehmen? Ich glaube, das würde jetzt richtig gut tun. Nein, das ist wohl... Was? Ja, wo soll ich denn hinrennen, Mann? Äh, jetzt mal erst, wo soll ich denn hinrennen? Das stehe ich jetzt absolut nicht. Ich kann wieder nach links, das ist keine Tür, nach rechts wird er mir zu. Oh! Oh! Das Ding ist viel zu schnell! Das ist viel zu sicher. Aber er ist so ruhig und nett, dass wir ihn willkommen geheißen haben. Hut ab vorm Botschafter Algartha. Lasst uns die Gläser heben und ihn willkommen heißen. Aber was ist das? Das ist die Wahrheit. Wunderschön. Prächtige Wahrheit. Mögen die Verräter hängen. Möge der Verrat und die Leistung zu mengen. Aber was hast du getan? Das heißt, das wird jetzt für immer hier so bleiben. Nachdem das Grill losging, haben sie sich alle verprügelt. Beginnen. Wir haben alle Dokumente, alle Skripte. Was weißt du, wir könnten rein vorrätig dieses Skript jetzt zu unserem Foundation. Jetzt brauchen wir nicht zu versuchen. Mal zetteln. Oh, die Leichenhalle. Ja, da geht ja. Au. Pfff. Holy fuck. Ich glaube, das ist das Ende der Veranstaltung. SCP-701. Die Hanged-Kings-Tragadie. Und da ist ein neuer... Ich häng wieder nicht auf, bist du bekloppt? Äh, nö. Tschüss. Aber ich muss ja wahrscheinlich. Einverband, du musst dich erhängen. Los, geh dich erhängen. Du hast den Skript gelesen. Das heißt, du musst dich jetzt erhängen. Ich geh nicht dauer. Ich geh nicht dauer. Ich geh nicht, nicht. Ich geh nicht dauer. Ich geh nicht dauer. Ich geh nicht dazu. Ich geh nicht dazu. Ich zurecht, dass sie nicht mehr. Ich verstehe. Was das? Das ist das, was das. Das ist das, was du mit dem Motivator reingelangstreich. Glocken, dass sich das dauerhause in einem Kapitel zu machen mal? Das ist ein Schuss. Ich habe keine Spritzen mehr, oder was? Scheiße, jetzt heißt es nur rennen. Oh nein, hier ist die Verzerrung wahrscheinlich wieder zu tief. Ich bin nicht der König, man. Ich bin nicht der König. 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 Oh, fuck it, Alter. Komm, ich kann da nicht mehr rennen! Oh, das ist gar nicht verrückt. Nein! Und anscheinend durch das, dass das jetzt real wird, haben wir auch keine Spritzen mehr, um das zu entkommen. Warte! Hi! Darf ich einfach so durch, ohne dass ihr mich ermordet? Mit meinem Blut, ich serve mein König. 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 Ich habe mich nicht mehr in der Karte geöffnet. Die Karte ist nicht stabil. Ich habe sie mit dem Blut, ich habe sie mit dem Blut. Ich werde es nicht mehr in der Karte geöffnet. Danke, Herr. Na, dann gehen wir. Was? Wir haben nicht die Blut, noch nie gefunden. Du noch nicht verstehst, hast du? Was? Was bedeutet das? Eine Blut ist nur ein Fahrzeug für die Wahrheit. Aber eine Blut ist immer eine Blut. Die Blut ist immer eine Blut. Was bedeutet das? Sie ist jetzt die Blut. Hast du Zeit für eine Karte geöffnet? Weil unsere Arbeit hier ist fertig. Was ist das? Was ist das jetzt? Ich servee meinen König mit meinem Blut. Glissvolle Befehl. Sacrifice. Was ist das? Auch? Die Blut. Was bin gesamt.